Was geht Freunde der Außenwelt? Ihr Switch Rebound, let's rock! Earth! Fire! Air! Genau so! Das kann nur Katara gewesen sein! Sie machten aber den Zustand am Seil! Ja, so funktionierte das! Wo ist jetzt diese? Ja, so Atsuko reagiert, ja? Okay! Originalgetreu! Jetzt nochmal? Voll plattgeschissen! Hier bleibt einfach Chili sitzen, na klar! Einfach mitgenommen wie so eine Puppe! Ja! Super, halt drauf! Hahahaha! Und die anderen beiden gucken nur Zusagen! Kosser, Konkertara! Beste Leben, Herr Walder! Hahahaha! Die schleppen den immer noch so rum! Hahahaha! 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 Also das ging schnell! Einfach nur hey, doch deine Ecke! Hahahaha! 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 Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst! Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass der mit dem Boot bis dahin kommt mit dem Schiff! Hahahaha! Hahahaha! Der kommt mit dem Kopeturino ganz langsam runter, Alter! Hahahaha! Mit der Nase wird doch der Dings, wird doch die Geschwindigkeit verringert und da kommt doch zu viel Luft rein. Wie lange hat der dich gefressen, Mann? Da will ich Sound zu trüfen, wird doch ein bisschen lang. Im Brot drauf gehauen. Hä? Ah! Äh, 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 äh. Oh, äh, 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 äh Ohohoho, die Arme, Alter! Ich wollte doch ein paar Schuhe! Nein! Oh nein! Hey! Hey! Die fliegen vor jedem Berg, Alter! Aber landen sanft! So mit dem Zahn! Völle Frech, Alter! Einfach runtergesprungen, als wäre er nicht! Ja, wenn der das nicht überlebt ist, dann... Ach so, was ist Hamburg? Das sagt... ... Ja, auf jeden Fall, so ist er hinterher! Oh! Der Onkel, Alter! Mehl Mir group A Steven, Alter! Ohohoho, voll Kotaku! Wenn Polymer Imast Dort put in Asche verwendet! Das war gut, ohhohohoh! Ha 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 ha! Kring mal Scheiß! Juchu! Ha 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 ha. Wie denn? Ha 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 ha! So dumm. Hahaha. 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 Hahahaha. Hahahaha. Oh, Alter! Voll frech! Auf... Wow, voll brutal! Einfach auf'n Boden geschissen! Hahaha. Hahaha. Ja, das ist ein Igzo, ne? Ich meine ich mich zu erinnern dass es genauso war Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like damit nicht, abonniere, in diesem Sinne verabschiede mich und bin damit raus